Wann geht man überhaupt das Thema AI an? Wie setzt man AI auf? Wie bespielt man die unterschiedlichen Stakeholder? Und was sind so Use Cases, die wirklich gut funktionieren? Das sind alles Fragen, die ich mit dem lieben Henry von der Zürich-Gruppe Deutschland bespreche. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber steht in einem Aufnahmestudio der liebe Henry. Hi Henry. Hi Jonas, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Genau, bevor die Folge losgeht wie eh und je, sag doch mal kurz, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest und dann starten wir rein. Gerne. Ich bin Henry Beyers, leite den Bereich Advanced Analytics im Ressort Digital Business and Partnerships bei der Zürich-Gruppe in Deutschland. Wohne in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt und freue mich heute hier sein zu dürfen. Cool. Jetzt hast du ja gerade ein spannendes Thema gesagt, beziehungsweise auch so ein bisschen Buzzword-Dropping ist es ja bei mir im Podcast dann trotzdem, immer mit AI, Gen-AI, Data Science und Co. Sag doch mal, was sich dahinter verbirgt, was du wirklich tust und wo bei euch jetzt gerade die Reise hingeht, weil es ist ja ein extrem spannendes Thema, vor allem durch JetGPT in den letzten Monaten. Ja, bei uns geht es grundsätzlich darum, dass wir mit datengetriebenen Ansätzen unser Business unterstützen wollen. Also sei es jetzt Use Cases umzusetzen, die wirklich Large Language Models als Hintergrund haben, auch generative KI als Hintergrund haben. Aber grundsätzlich geht es wirklich uns darum, mit datengetriebenen Ansätzen Erkenntnisse zu gewinnen, bei denen wir halt auf der einen Seite ja Effizienzen heben können, neue Sales-Ansätze finden, letztendlich auch unsere Retention verstärken. Also immer wirklich datengetrieben neue Erkenntnisse fürs Business generieren, um dort das Bestmögliche fürs Unternehmen zu erreichen. Cool. Die spannendste Herausforderung oder die spannendste Frage, die es ja eigentlich jetzt gibt, ist, wie identifiziert ihr, was gut fürs Business ist? Wie identifizieren wir das? Für uns ist es wichtig, relativ schnell irgendwie ein fassbares Produkt zu schaffen. Also wir wollen vor allen Dingen dem Business halt auch zeigen, mit diesem neuen Einsatz von neuen Technologien oder auch von innovativen Ansätzen, dass wir Mehrwerte erzeugen. Weil das ist nicht schwieriger, als jemanden zu erklären, der nichts mit der Thematik zu tun hat. Auf einmal sollst du ein Use Case oder ein Thema, ein Produkt bei dir integrieren, was KI als Hintergrund hat. Das ist, wie du auch gesagt hast, irgendwie ein Buzzword. Und da geht es uns vielmehr darum, dass wir schnell aufzeigen, wo ist die Verbesserung. Also was ist wirklich so das Erfolgsversprechen dahinter? Und dadurch haben wir gelernt oder haben wir mitbekommen, dass wir dann auch Business als Art Multiplikator für unsere Use Cases auch sehen können. Weil wenn wir dort gezeigt haben, das ist ein Erfolg, war für uns so dieser Best-Practice-Ansatz zu sehen, dass das Business auch solche Themen mit vorantreiben möchte, mitentwickeln möchte, mit Impulse liefert, was uns dann wieder dazu bringt, Use Cases zu erweitern oder zu verbessern. Ja, Henry, ich komme mir immer bei das Thema Leuchtturmprojekte. Also eigentlich jemanden zu finden, der gut in der Organisation verankert ist, wo der Business-Mailure auch da ist, weil dann hast du Fürsprecher in der Organisation, die dann entweder, wie du sagst, eigentlich den Use Case selbst erweitern wollen oder auf der anderen Seite eigentlich anfangen zu sagen, liebe Nachbarabteilung, guck mal, was wir hier Tolles umgesetzt haben, wollt ihr nicht auch? Weil ich glaube, es ist gar nicht ein Gegeneinander, aber sonst hast du trotzdem dieses Fachabteilung zu neuen Themen und man braucht eine Länge, um irgendwie sich wahren zu werden, um herauszufinden, was könnte denn gut funktionieren. Ja, das stimmt. Also wenn wir uns jetzt im stillen Kämmerlein einschließen würden und würden sagen, wir möchten jetzt Technologie XY oder Use Case AB umsetzen, nur um es machen zu wollen, also nur diese intrinsische Motivation zu haben, kann es nicht zum Erfolg führen. Und da gebe ich dir recht, also wirklich das nahe mit den Fachbereichen zu machen, wirklich dort zu sein, wo es dann auch implementiert werden und genutzt werden soll, ist key für ein erfolgreiches Projekt. Seid ihr gleich mit diesem Ansatz reingekommen oder habt ihr das erst gelernt, unterschiedliche Use Cases, weil Zürich ist jetzt keine kleine Organisation. Ich glaube, da ist immer vor allem, warum ich das gerade so festmache, ich habe das Gefühl, Data und AI sind zwar sehr verwandt, können aber auch nochmal anders im Approach sein, wie du versuchst, das in die Organisation zu treiben. Also wir haben so ein bisschen, da muss man die Entscheidung auch treffen, ich bin jetzt nicht in der Zürich für komplett irgendwie Daten verantwortlich, sondern fokussiert auf das Ressort Digital Business and Partnerships, bedeutet, fokussiert auf unseren Direktversicherer, also die DA direkt. Und dort haben wir schon so die Möglichkeit, so ein bisschen, ich nenne es mal als Speedboat zu agieren. Klar, immer den Konzern im Blick, immer die Fokus dann auf die Skalierung im Konzern, aber da könnten wir so ein bisschen schneller agieren, da können wir so ein bisschen schneller sagen, okay, wir haben jetzt die Idee, die ist jetzt mit einer anderen Fachabteilung zusammen entstanden, mit dem Business nah entstanden, wir probieren uns einfach mal aus. Und wenn wir da dann diesen Erfolg sehen, haben wir halt die Möglichkeit, auch diese Use Cases entsprechend im Konzern auch zu platzieren oder wo wir dann auch von anderen Abteilungen im Konzern angesprochen werden, ob wir da nicht auch was machen wollen oder was sind unsere Erfahrungen oder Best Practices, die dann adaptiert werden können. Spannend. Und ihr seid natürlich, also Zürich ist riesig, ich kenne mich jetzt nicht so gut im Versicherungsbereich aus, aber mit eurem Direktversicherer habt ihr ja auch eigentlich Impact direkt auf die Kundenbeziehung. Also wie sagt man, die Chain, um sozusagen Value zu generieren, ist auch sehr kurz. Gar nicht negativ gemeint, ob lang oder kurz sozusagen. Absolut. Das ist aber auch so dieser Ansatz, dass wir halt fail fast and adapt immediately diese ungefähr, also dass wir wirklich sagen wollen, wir probieren uns da aus, wir haben mit dem Direktversicherer sofort Zugriff auf unsere Kunden, kriegen aber auch sofort das Feedback. Entweder das funktioniert halt oder das funktioniert nicht. Und da müssen wir dann schon schauen, wie wir das dann Ganze nochmal adjustieren, anders machen und auch aus Fehlern irgendwie lernen. Die Welle AI gibt es ja jetzt schon eine Weile. Seid ihr ja sozusagen frisch mit aufgesprungen? Oder wie lange gibt es schon den Teil der Organisation bei euch? Also ich bin jetzt seit drei Jahren bei der Zürich, beziehungsweise bei der DR direkt und da haben wir das Ganze auch mit aufleben lassen. Ich würde sagen, so richtig in das KI-Game eingestiegen sind wir jetzt so vor zwei Jahren. Okay. Das heißt aber doch vor der Welle. Also das Surfboard war schon da und ihr wusstet schon, wie man surft und die Welle ist dann erst gekommen. Weil ich habe gerade das Gefühl, dass viele ja versuchen, das Surfboard jetzt zu kaufen, jetzt ganz panisch irgendwie, um bei der Analogie zu bleiben, dann mit der Welle zu schwimmen und dann doch feststellen, dass es nicht so einfach ist und man das nicht übernachten lernen kann. Wir haben jetzt die ersten Use Cases dann auch im Sinne von, wir gehen auf Large Language Models, was ja ein Teilbereich letztendlich davon ist. Damit sind wir letztes Jahr jetzt wirklich gestartet mit ersten Themen, die wir umgesetzt haben, auch erfolgreich umgesetzt haben. Und jetzt ist so dieses Jahr der Startpunkt für uns, dass wir jetzt auch in die generative KI gehen. Ja. Wir können da gerne weitermachen. Mir brennen noch ein paar Fragen zum Stakeholder-Management, weil die, glaube ich, auch total spannend sind. Stakeholder-Management war für mich nur nochmal interessant zu sagen, wie handelt ihr das? Weil du, komplett richtig, also du hast auf einer Seite dieses strategische Thema, aber auf der anderen Seite hast du ja auch dieses, die Kollegen, die Kolleginnen oder die Bottom-Up, wenn wir es jetzt mal so einfach definieren möchten, Top-Down, Bottom-Up. Sind das die gleichen Ansätze, die ihr erfahrt? Wie bewertet ihr, welcher Use Case da gut funktionieren kann? Ja, also auf der einen Seite, klar, das Management, und das ist auch super wichtig, das Management zu überzeugen. Du brauchst einen Sponsor, du brauchst einen Unterstützer, der eben diese Leuchtturmprojekte auch mit dir gemeinsam zum Leben bewegt. Auf der anderen Seite hast du aber natürlich Restriktionen, also sei es jetzt technologische Restriktionen, weil nicht alles das, was man irgendwie in den Medien liest oder sich so ganz einfach vorstellt, funktioniert auf Knopfdruck. Das ist natürlich schwierig. Auf der anderen Seite hast du auch jetzt Restriktionen von deinen Usern, also jetzt bei uns zum Beispiel, ich sag mal Call-Center-Agents oder Mail-Agents, die Kunden-E-Mails beantworten. Die sollen letztendlich deine Use Cases nutzen oder deine Produkte nutzen. Wenn du die nicht abholst und nicht überzeugst, funktioniert es nicht. Genauso, das ist eine dritte Komponente, meiner Meinung nach sind so die ganzen Control-Functions. Also wenn ich irgendwie erst einen Tag vor Go-Live auf irgendwie Datenschutz zugehe und frage, können wir das eigentlich so umsetzen? Oder ob ich da drüber zugehe, dann ist das Ganze schwierig. Ja. Und ich glaube, und jetzt muss ich aber auch aufpassen, sonst kriege ich einen auf den Deckel, aber manche Abteilung darfst du auch nicht zu früh mit einbeziehen. Ich finde, ich sag immer, Brainstorm ohne die Datenschutzabteilung funktioniert recht gut. Irgendwann muss man sie mit einbeziehen. Man muss das Thema total respektieren. So verstehe ich, macht ihr es ja auch. Aber zu früh ist sonst die Situation, dass du sehr schnell unterschiedliche Ansätze eigentlich schon abgeriegelt bekommst, obwohl du eigentlich mal ganz frei denken wollen würdest, was funktionieren kann und was nicht funktionieren kann. Das stimmt. Ich muss aber da sagen, jetzt gerade hier in dem jetzigen Job echt die Erfahrung gemacht zu haben, dass dieses Vertrauen, was wir aufgebaut haben, also gerade in Richtung der Control Functions enorm wichtig ist und dann auch ganz, ganz früh mit denen zu sprechen. Wir haben auch regelmäßige Termine, um uns einfach gegenseitig abzuholen. Also sei es gegenseitig abholen, was haben wir geplant, was ändert sich regulatorisch, dass man da immer so ein bisschen Hand in Hand geht. Und da geht es gar nicht darum, nicht frei denken zu dürfen. Also ich finde es auch toll, mit unseren Datenschützern frei denken zu können über solche Use Cases, um eben frühzeitig zu wissen, was für Hindernisse haben wir. Und da habe ich die Erfahrung gesammelt, dass es gar nicht darum geht, nur Hindernisse aufzuzeigen, sondern die auch gemeinschaftlich zu lösen. Weil letztendlich muss man schon sagen, alle Stakeholder, alle, die da bei dieser Umsetzung von Use Cases eine Rolle spielen, haben eigentlich das Ziel, so ein Use Case zum Erfolg zu führen. Das ist ja keiner, der sagt, ich will euch Steine in den Weg geben. Das finde ich, ist nicht mehr so. Das war vielleicht früher mal so, in der Vergangenheit. Aber jetzt muss man wirklich sagen, alle, die involviert sind, haben echt verstanden, es geht darum, gemeinschaftlichen Erfolg zu generieren. Ja, ist auch total spannend, dieses Mindset zu sagen, ey, erstmal möchten wir gemeinsam Erfolg machen, unabhängig davon, mit welchem Werkzeug. Und danach können wir uns überlegen, welches Werkzeug gut funktioniert, weil dann hast du ja nochmal ein komplett anderes Mindset, wie dass jeder für sein Werkzeug sozusagen die Brandrede hält und dann ist irgendwie eine Konkurrenz entsteht. Genau. Scheint bei euch gut zu organisiert und gut zu orchestriert zu sein. Ich finde es aktuell. Ja, ja, ja. Cool. Hast du Tipps, weil viele Hörer und Hörerinnen hören das Thema ja, oder hören den Podcast auch, um Tipps zu bekommen. Was ist dein Gefühl, du bist vor drei Jahren gestartet, vielleicht sind die Anfänge noch im Kopf, was sind so deine Ideen, auf was man achten sollte, dass man da die richtigen Schritte oder vor allem die ersten richtigen Schritte macht? Was ich ganz wichtig finde, wie eben schon erwähnt, ist halt so dieses Thema Vertrauen aufbauen. Komplett transparent sein, also jetzt auch, wenn man jetzt wieder an Control Functions, an Betriebsrat denkt, nicht irgendwie versuchen, Sachen zu verheimlichen oder zu beschönigen, sondern einfach die Karten auf den Tisch zu legen, ehrlich zu sein, weil nur so kann man auch Hindernisse aus dem Weg räumen. Dann finde ich schon wichtig, dass man auch, ich sag mal, ja, Key Stakeholder für sich identifiziert. Mit wem kann ich gut zusammenarbeiten? Mit wem macht es Spaß? Wer bringt mich auch nach vorne? Und wer ist für mich auch so eine Art Enabler? Wenn wir eine bestimmte Infrastruktur brauchen, um einen Use Case umzusetzen, dann gehen wir bewusst auf Leute innerhalb der Zürich zu, wo wir wissen, die werden uns dabei unterstützen, die wollen uns enablen. Das sind so für mich so die zwei Hauptelemente. Dann natürlich auch das Business oder den Fachbereich, der es am Ende dann nutzen soll, abzuholen. Also die mit an Bord zu haben und dort auch nach Feedback zu fragen, weil es bringt nichts, wenn wir uns was überlegen, was dann gar nicht so genutzt wird, sondern wir wollen das Feedback auch ganz direkt einfließen lassen in unsere Entwicklung. Das ist vor allem, glaube ich, so Leuchtturmprojekte genannt. Die sind natürlich auch enorm wichtig, weil wir müssen schon im ersten Momentum etwas zeigen, was Anfassbares, was ist denn so eine generative KI? Wie bringt mir das denn als Versicherer letztendlich auch was? Und nicht halt irgendwie dieses Buzzword-Dropping auf irgendwelchen PowerPoint-Folien. Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist sozusagen, was mir gerade durch den Kopf kam, ist, wie entwickelt sich das eigentlich in der Zusammenarbeit? Kommt die Fachabteilung eigentlich eher auf die Data, AI, Data Science Fachabteilung zu? Also auf die, die helfen kann? Oder kommt die, die helfen kann, eher eigentlich auf die Abteilung zu, die Hilfe braucht? Wie entwickelt sich das über die Zeit? Also bei uns jetzt ganz konkret war es so, dass wir einen Auftrag bekommen haben, für ein bestimmtes Projekt mit Datenvisualisierung zu arbeiten. Also haben dort jede Menge Daten bekommen und sollten die für das Management aufbereiten. Und in dem Zusammenhang haben wir halt wirklich auch Insights für uns generiert. Wir haben gesehen, wo vielleicht der ein oder andere Prozess nicht ganz so läuft, wie man sich das eigentlich vorstellt, wo wir Verbesserungsvorschläge auch einfach mal auf Papier gebracht haben. Das haben wir dann der jeweiligen Abteilung vorgestellt. Die waren natürlich super interessiert, dann auch ihren Input darauf zu liefern. Und so haben wir dann angefangen, das Ganze auch datengetrieben anzugehen. Jetzt muss man sagen, ist das auch so, dass wir jetzt wieder, wenn wir Themen umsetzen, auch wieder Dinge identifizieren, wo wir sagen, das ist so das nächste Projekt, was wir umsetzen könnten. Weil wir einfach wieder gesehen haben, durch diese datengetriebene Erkenntnisse ja Prozessunstimmigkeiten aufgedeckt haben oder auch einfach Verbesserungen sehen oder Vorschläge für Verbesserungen zumindest. Ich glaube, bei euch ist so ein bisschen der Vorteil, was ich gerade bei anderen Unternehmen so ein bisschen mit Legacy sehe, ist, viele meinen Data hilft schon, obwohl sie viele der Prozesse noch gar nicht digitalisiert haben, was sozusagen Horror ist. Und dann siehst du in Papier irgendwelche Prozesse, die noch komplett händisch laufen. Da kannst du überhaupt gar nicht mit Data rein, um die sozusagen zu optimieren, sondern da musst du erst mal schaffen, die Prozesse zu digitalisieren und dann im Nachgang. Also KI kann nicht das Heilmittel irgendwie sein. Also wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, wir sagen, okay, wir nutzen irgendwie KI und alles wird besser und alles wird toller. Wir haben halt durch Daten die Möglichkeit, Insights zu generieren und das ist eigentlich key. Und das müssen wir uns eigentlich zunutze machen. Und dann kann es sein, dass man einem Kunden einfach mal eine E-Mail mehr schreibt, um ihm halt über einen Prozess aufzuklären, anstatt dass man sagt, man setzt jetzt KI ein, um die Kundenanfragen zu minimieren. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, Henry, wie weit darfst du denn über Use Cases erzählen so ein bisschen? Gibt es da was, wo du erzählen kannst, was vielleicht auch von Idee bis zur Umsetzung, ja, mal so einen wirklichen Prozess mitzunehmen, der die Leute abholen kann, so von vielleicht auch so, wir hatten erst die Idee, dann gab es plötzlich eine andere Idee, so das wäre mal total spannend zu überlegen, wo kann die Reise hingehen und wo endet sie dann vermeintlich auch in einem Prozess, der gut läuft. Gerne, ja, also grundsätzlich muss man wirklich sagen, dass die ganzen Use Cases, die wir umsetzen, immer so ein bisschen, welches Problem haben wir eigentlich identifiziert? Dann ist es uns als Abteilung wichtig, auch eine Vision aufzuzeigen. Wo kann man in fünf Jahren mit so einem Thema stehen? Also welche Technologien kann man einsetzen, welche kann man nutzen? Aber dann auch einen sehr, sehr spitzen MVP zu formulieren, um halt dann, wie eingangs erwähnt, wirklich zu sagen, das ist jetzt das Greifbare und wir haben sehr schnell die Leute mit auf die Reise genommen. Ich würde deine Frage nochmal so ein bisschen festmachen an dem Beispiel vom letzten Jahr, wo wir super viele Daten bekommen haben, die visualisieren sollten. Und da ist es uns aufgefallen, dass Kunden-E-Mails bei uns an einer bestimmten Stelle eingehen und rund 60 oder 65 Prozent weitergeleitet werden in Fachabteilungen. Und da war unsere Idee, einfach diesen Prozess zu automatisieren, also dann wirklich Large Language Models einzusetzen, sagen, wir erkennen, was der Kunde von uns möchte, wir wissen, in welcher Fachabteilung das Ganze bearbeitet wird und haben somit eine Effizienz gehoben und können den Mitarbeitern, der eigentlich nur da sitzt und stupide auf Weiterleiten in Schaden, in Vertrag klickt, viel komplexere Themen geben, um seine Tätigkeit auch viel interessanter wiederzumachen. Das haben wir aufgezeigt, das kam auch echt gut an, da hat man auch Effizienzen natürlich gesehen. Und das war für uns so der Startpunkt, um in die Richtung zu gehen. Nächstes Thema ist, dass die E-Mails kategorisiert werden mussten im Sinne von, warum hat uns ein Kunde geschrieben, ist ja fürs Management super wichtig. Auch das kann man sehr schön automatisieren und da entsprechend auch die Leute entlasten, beziehungsweise viel komplexere Tätigkeiten in diese Abteilungen verlegen. Lass uns mal wirklich Step by Step den Prozess mitnehmen, weil ich glaube, das ist total spannend. Die Fachabteilung hat sich bei euch gemeldet, oder wie muss man... Genau, die Fachabteilung hat sich gemeldet, sie bräuchten bitte ein Reporting über ihre E-Mail-Kommunikation. Sie würden es gerne neu aufziehen, würden gerne mehr Insights generieren über E-Mail-Kommunikation. Und in dem Zusammenhang ist uns dann aufgefallen, dass super viele E-Mails einfach nur weitergeleitet werden. Okay, das heißt, ihr habt euch die Daten irgendwie geschnappt, habt ihr analysiert, wolltet die in einem Dashboard visualisieren, wie viele E-Mails kommen rein, was passiert und habt plötzlich festgestellt, okay, die werden eigentlich weitergeleitet, nicht wirklich bearbeitet. Also das ist ja das Bearbeiten eigentlich von der Fachabteilung, die weiterzuleiten in dem Fall. Eigentlich wollten sie erstmal nur einen Ist-Zustand sehen. Genau. Und ihr seid aber gleich mit einer Handlungsempfehlung rein, mit wir haben uns die Daten angeguckt und sofort erkannt, 60% gehen weiter, wir optimieren euch die 60% sofort. Genau, richtig. Und Erkenntnis war dann Large Language Model drauf. Gib mir mal so einen Zeitrahmen, wie lange sowas gebraucht hat. Vier Wochen. Also es ging wirklich sehr schnell, das zu trainieren. Wir hatten ein paar viele E-Mails, die wir als Trainingsbasis nutzen könnten. Wir hatten dort Control Franchions ganz am Anfang mit dabei. Also somit hatten wir dann auch später die Hürden vor der Produktivnahme. Ja, es waren vier Wochen. Das ging echt schnell und somit konnten wir auch quasi die Abteilung überzeugen, dass solche Ansätze spannend sind und wir die auch abholen und mit auf die Reise dann letztendlich nehmen. Weil das nächste war dann das Kategorienmodell. Okay, ich bin neugierig. Leg los. Ja, gerne. Also das war letztendlich das, dass wir dann auch gemerkt haben, okay, die Kategorisierung dieser E-Mails, also was ist der Hintergrund? Ist es eine Schadens-E-Mail oder ist es eine Vertragsanfrage? Die wird rein manuell gemacht. Und das ist fürs Management wichtig, um strategische Entscheidungen zu treffen. Und da haben wir gesagt, warum muss man das manuell machen? Wir können doch auch hier ein Large Language Model nutzen oder ein Large Language Model einsetzen, um diese Kategorisierung zu automatisieren. Und auch dort haben wir halt auch sehr schnell das Feedback halt auch von den Mitarbeitern bekommen, die das sonst manuell gemacht haben, wie sie das eigentlich in ihrem Job entlastet und wie sie sich ja auch wirklich komplexe Fragestellungen konzentrieren können. Und hatten so diesen Multiplikator, also wirklich so dieses, wir sehen, Technologie kann helfen, das ist nichts Böses, weil das ist ja auch immer eine Angst von Menschen, wenn man nicht tagtäglich damit zu tun hat. Das ist nichts Böses und wir liefern lieber Input, wie man es noch besser machen kann. Und so ging es dann Hand in Hand, dass diese Use Cases auch zum Erfolg geführt haben. Ja, was dann ja maximaler Fürsprecher ist und das ist ja eigentlich, was ihr machen wollt. Also es ist ja nicht so, der Handwerker kommt irgendwie nach Hause und muss erst mal erklären, warum er jetzt dieses Werkzeug einsetzt, weil alle Angst davor haben, das geht irgendwas kaputt. Sondern eigentlich ist es in dem Fall ja wirklich okay, cool, maximale Erkenntnis zu das bringt mir wirklich was und ich kann mich auf die Sachen fokussieren. Das ist spannend, was du sagst. Mir fällt es immer extrem schwer, weil man natürlich auf einer gewissen Ebene immer gewohnt ist oder eher die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, dass man was kommuniziert, was man gar nicht so meint. Aber es ist ja wirklich so gemeint. Wir wollen die Arbeit erleichtern. Es hilft mir, diesen Werkzeug die Arbeit zu erleichtern. Ihr könnt euch auf die besseren Sachen fokussieren und dafür machen wir es. Also man geht ja nicht rein, um zu sagen, dein Job ist danach weg, sondern man geht rein und sagt, hey, wir helfen dir und du brauchst ja immer diese Intelligenz. Das ist auch nochmal toll, was du ja gesagt hast. Die Fachabteilung weiß ja selber besser, was sie braucht, um besser zu werden. Und du bringst das Werkzeug mit. Korrekt. Und gleichzeitig hat man aber auch wieder im Management Fürsprecher gefunden, weil man denen natürlich auch aufgezeigt hat, dass man mit Technologie eine Verbesserung herbeiführen kann und hat beide Welten wieder auf die Reise mitgenommen. Ja, spannender Punkt. War das von Anfang an da oder gibt es da Tricks und Tipps, wie man irgendwie das schaffen kann, das nochmal gut zu machen? Ich überlege gerade bei mir, ich komme immer wieder auf das Thema Leuchtturmprojekt. Du versuchst ja eigentlich eine Abteilung zu schnappen, jemand, der weniger Angst hat und versuchst, mit denen das umzusetzen. Aber ich habe auch noch nicht so das Heilmittel gefunden, wie du diese Angst zum Thema Automatisierung wegnimmst, weil doch vor einigen Jahren dieses Thema Digitalisierung oftmals dazu geführt hat, dass dann Stellen weg waren oder sonst was. Ja, also es ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, das ist auch so ein Mindset Change, der einfach stattgefunden hat. Es ist auch durch das mediale Interesse an KI und solchen Buzzwords beschäftigen sich auch die Leute, die sonst nichts damit zu tun haben, viel mehr damit. Wenn man denen auch die Möglichkeit gibt, das Ganze mitzugestalten, die das wirklich sehen, das für sie greifbarer zu machen, ist das auch nicht mehr so eine Angst, weil die dann auch sehr schnell verstehen, okay, es geht ja wirklich nicht darum, nur Stellen zu kürzen, alles effizienter zu gestalten, sondern es geht wirklich darum, um Verbesserungen herbeizuführen. Dann finde ich es auch ganz wichtig, wenn Data Scientist, die bei uns agieren, da geht es nicht darum, sich in einen Daten Lake oder Data Lake einzuschließen und rein auf Daten zu arbeiten, sondern auch die müssen die Prozesse verstehen. Die müssen verstehen, was steht da eigentlich da hinten dran und wie kann ich mit Daten oder mit datengetriebenen Ansätzen so eine Verbesserung herbeiführen. Und ein Data Scientist muss mit einem Callcenter Agent interagieren und sprechen, um das Problem wirklich auch passen zu können. Das ist dann auch gleichzeitig Wertschätzung. Also wenn ich jetzt ein Callcenter Agent bin und da ist wirklich eine spezialisierte Einheit oder Abteilung, die solche Use Cases umsetzt, ist eine Wertschätzung, wenn ich das mit umsetzen darf als Callcenter Agent. Das ist, glaube ich, auch dieser Mindset Change, wo wir gerade generell bei uns in Deutschland oder in der Industrie enorme Fortschritte machen. Ja, ich glaube man, dieses kulturelle Untereinander, ich sage ja immer oder habe jetzt auch mit jemand anders darüber nochmal gesprochen in der Podcast-Folge, ein Euro zu drei Euro, ein Euro in Technik, drei Euro in Kultur, dieses Thema miteinander sprechen, überlegen, wo es hingehen kann, auf was man achten muss, das ist doch das Allerwichtigste. Du willst ja jemandem helfen, sonst kommt die Situation, du läufst an einer Fachabteilung sozusagen vorbei und sagst, ich weiß, wie man das hier besser macht. Natürlich kommt da eine Abwehrhaltung, weil so kann es nicht funktionieren. Ich habe mal eine tolle Folge mit einem Startup im AI-Bereich gemacht, wo dieses Beispiel war zu, die wollten, glaube ich, mit Data Science oder mit Modellen erkennen, ob Rolltreppen kaputt sind oder nicht und sie haben versucht, das erst ohne Techniker zu machen. Dann sind sie in irgendeinem Modell gescheitert, blistern der eine Techniker, der schon jahrelang da war, irgendwie an dieser Rolltreppe vorbeigelaufen ist und meinte, oh, die klingt komisch, die wird bald kaputt sein. Und dann haben die gesagt, hä, wie, warte mal, wie erkennst du das? Und dann kam raus, naja, der guckt sich nicht nur die Daten an, sondern er hört eigentlich, wenn die kaputt ist und kann auf der Basis dann erkennen, dass es bald so weit ist, dass was kaputt gehen kann. Und diese Erkenntnis, dieses Miteinander, dieses Miteinander kommunizieren, die Erfahrung mit einzubeziehen, das ist das Allerwichtigste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Und ich glaube, das tun wir an vielen Stellen zu selten. Also ich glaube, auch ich früher bin immer wieder hingegangen und habe gesagt, jetzt komme ich hier mit meinem Werkzeug, ich kann irgendwas reparieren, gib mir was, ich werde es schon rausfinden. Aber eher andersrum zu sagen, zu sagen, hey, erzähl mir mal von deinen Problemen, wo stockst du gerade und vielleicht kann ich dir helfen, aber lass uns erst mal drüber sprechen. Und ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und es kann auch sein, dass wir uns beide jetzt hier nur auskotzen zu den Problemen, die bestehen, aber am Ende könnte es sein, dass man helfen kann. Und nicht dieses, hier ist die Lösung für alles. Ja, und vielleicht muss man da auch einfach komplett ehrlich zu sich selbst sein. Da muss man auch sagen, vielleicht hat man in seinem Werkzeugkoffer nicht das richtige Werkzeug und kann auch nichts verbessern. Das gehört ja auch dazu. Ja. Was glaubst du, gibt es ja Tipps zum kulturellen Thema, tauscht ja aus. Wir hatten bei Funke mal probiert, so Kaffeesessions einzurichten. Wir haben unten so einen Barista-Bereich und ich wollte mich mal dahinter stellen mit Caspian gemeinsam und sozusagen, dass dann die Leute kommen, sie kriegen kostenlosen Kaffee, dadurch hast du einen Anreiz und dann kann man mal über Probleme sprechen. Zusätzlich zu den Terminen, die man sonst so hat, die Kaffeetermine, aber auch die Mitarbeiter aus den einzelnen Fachabteilungen mitzunehmen. Hast du da noch einen Tipp, in welche Richtung das gehen kann? Ja, ich bin ja ein ganz großer Freund im Sinne von tu Gutes und rede darüber. Ja. Und das auch im Unternehmen. Also wenn man dort Möglichkeiten nutzt und Formate nutzt, jetzt irgendwelche Kaffeesessions oder was auch immer oder auch größer, dort einfach mal darüber spricht, was macht man im Job eigentlich und wo hat man auch vielleicht Erfolge platzieren können, dann kommen die Leute auch ganz intrinsisch motiviert auf einen zu und haben eine Idee. Also das ist das Tollste. Wir hatten letztens wieder Jahreseröffnungstagung, ist ja so eine klassische in der Versicherung, Start ins neue Jahr. Da hatten wir auch einen Use Case von uns vorgestellt und dann kamen super viele Mitarbeiter, die gesagt haben, ach, das klingt ja spannend, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Und so kommen dann so Folgetermine und dann hat man die Wochen, die Tage danach immer wieder interessante Impulse und interessante Austausche darüber. Klar muss man auch so ein bisschen die Leute bremsen, weil jeder hat fantastische Ideen und das gilt es natürlich so ein bisschen zu kanalisieren. Aber wenn Leute auf dich zukommen und einen Impuls dir mitgeben wollen, ist das schon mal Nonplusultra. Und dann, wie du sagst, da muss natürlich die Erwartungshaltung klar geschürt werden, um es dann irgendwie auch in den Roadmap reinzunehmen, weil was auf der anderen Seite nicht passieren kann oder darf, ist zu viel Erwartung und dann nicht umsetzen kann. Genau. Wie nimmst du das Thema AI, Literacy und Co. wahr? Arbeitet ihr da mit weiteren Fachabteilungen, um das Thema erstmal zu erklären? Du bist ja jetzt tiefer in der Materie drin, ich würde sagen, ich bin tiefer in der Materie drin, aber viele kennen das Werkzeug AI ja gar nicht oder nehmen es als Buzzword wahr, was jetzt, wenn man es so jetzt kommuniziert, auch ein Buzzword ist. Hast du eine Idee oder wie macht ihr das? Ja, wir haben hier in der Zürich das AI Lab. Das ist eine super Abteilung, die uns quasi auch enablen, sei es bei Governance-Fragen, sei es bei infrastrukturtechnischen Sachen, die wir gelöst bekommen müssen. Für uns eine Art Enabler-Funktion. Die machen enorm viel, auch um das Thema in der Zürich zu platzieren und für uns so, ja, eine Art Austauschplattform auch zu sein, wo wir mit Problemen kommen können und die uns Lösungsvorschläge geben. Also da ist die Arbeit auch sehr, sehr vertrauensvoll und sehr, sehr eng und es macht auch Spaß, dann gemeinschaftlich an solchen Themen zu arbeiten. Also gerade Governance, das ist, jeden Tag ändert sich was. Wir müssen für so einen Use Case super viele Assessments durchführen, um da auch allein zu sein mit unseren ganzen Gruppenvorgaben und die versuchen es für uns so ein bisschen eher zu kanalisieren und uns die Möglichkeit zu geben, uns auf die Use Cases zu fokussieren und gleichzeitig trotzdem, ja, immer in Line zu sein mit den ganzen Vorgaben, die wir sonst in Bezug auf Einsatz von KI einhalten müssen. Habt ihr euch da selber Richtlinien nochmal gesetzt? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sehr viele Richtlinien, also was ich am spannendsten finde, weil wir jetzt auch gerade viel in der digitalen Kundenkommunikation einfach unterwegs sind. Human in the Loop, also es wird niemals bei uns eine KI mit einem Menschen interagieren, mit einem Kunden interagieren. Ja, cooler Punkt, definitiv, unterschreibe ich. Das ist dann auch wieder wo so ein Callcenter-Agents, wo du ihm auch sagst, wir brauchen dich, es geht nicht darum, deinen Job wegzurationalisieren, weil du bist eigentlich key, du weißt alles, wir können dir nur Vorschläge unterbreiten. Das ist so, finde ich, die Kernrichtlinien, die wir erfolgen. Und klar, diese ganzen ethischen Komponenten, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter zu vertiefern, weil das auf der Hand liegt, da halten wir uns an alles. Es gibt natürlich auch Gruppenvorgaben und das ist für uns aber auch eher wichtig. Also viele sagen, das sind dann Hindernisse. Nein, es geht ja auch darum, dass wir uns schützen. Ja. Dass wir nicht einfach sagen, okay, wir würfeln jetzt mal Use Cases, die cool sind und bringen die live, sondern dass wir uns einfach in einem Rahmen bewegen, der für alle Seiten irgendwie das Bestmögliche versucht zu erzeugen. Henry, wo glaubst du, geht die Reise in den nächsten drei bis fünf Jahren hin bei dem Thema? Also gerade in Bezug auf Client-Facing-Kundenkommunikation denke ich, dass Bots noch interessanter werden. Immer der Ansatz Zoom-in-the-Loop, das nochmal zu unterstreichen. Wir haben jetzt ein Voice-Bot eingeführt, spannendes Thema. Wir werden uns mehr auf Chat fokussieren. Wir werden mehr auf E-Mail-Vorschläge oder Antwortvorschläge auf E-Mails uns fokussieren. Also dieses Thema generative KI, Personalisierung, das Ganze ist, glaube ich, schon wirklich das, wo die Reise hingeht. Und dann, du sagst jetzt in den nächsten Jahren, das finde ich super schwer einzuschätzen, weil die ist jetzt irgendwie weiß ich nicht, Wollte dich rausfordern. Ja, zwölf Monate alt. Also eher wo geht die Reise in den nächsten Monaten? Das ist, glaube ich, spannender. Ich glaube, wir kriegen auch viel mehr Klarheit durch regulatorische Vorschriften und die Klarheiten sind wichtig, weil die sind im Moment einfach noch nicht so da. Ja. Ja, doch, die Reise geht dahin, dass wir uns viel mehr trauen, auch in die Richtung zu denken, viel freier werden, viel mehr Technologie auch nutzen können und es auch einfach viel einfacher wird. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn du jetzt so fünf Jahre mal zurückblickst und an den Einsatz von KI, von Machine Learning Models oder Rule-Based Ansätzen denkst, das ist ganz anders als über das, was wir in den letzten drei, vier Monaten sprechen. Ja, das ist richtig mit den, war ja ein bisschen provozierend mit den nächsten Jahren, aber in den nächsten Monaten siehst du ja, wie schnell sich JetGPT verändert oder generell Gen-AI-Themen. Da kannst du ein Tool schließen, zwei Wochen später wieder aufmachen und hast extrem viele neue Features. Also es ist schon faszinierend, wo die Reise hingehen kann und wie schnell die geht. Und da sind wir, glaube ich, nochmal viel mehr gefordert zu überlegen, wie kann man diese ganzen Themen gut strukturiert auch wieder den Fachabteilungen vorstellen. Weil, wie du sagst, da ist der Unterschied von den Fachabteilungen. Früher ist man jedes Jahr oder anderthalb Jahre hingegangen und hat gesagt, jetzt hat sich in der Technik was geändert, vielleicht können wir jetzt folgendes Problem lösen. Aber jetzt ist es ja wirklich so, dass du nach zwei Wochen wieder hingehen kannst und sagen kannst, okay, jetzt haben wir vielleicht die Lösung schon, wo die natürlich denken, okay, krass, wie schnell ändert sich da der Markt. Ja, und du wirst auch bei den Use Cases, die du jetzt umsetzt, wenn du da so ein bisschen drauf achtest, die auch zukunftsfähig aufzubauen, viel schneller skalieren können. Das Ganze wird multikanal ready sein. Das ist letztendlich egal, wo du das Modell dann anstöpselst. Und deswegen wirst du auch nochmal viel, viel schneller werden. Also ich bin davon überzeugt, es würde einfach leichter sein, solche Use Cases umzusetzen oder erfolgreich umzusetzen. Guter Punkt. Ja, spannender Talk. Ich glaube, wir können da immer nochmal tiefer reingehen. Aber ich finde auch, mit den einzelnen Use Cases, die du mal so circa vorgestellt hast, erkennt man auch, dass einfache, in Anführungsstrichen, gar nicht negativ gemeint oder despektierlich gemeint, einfache Use Cases erheblichen Mehraufwand, erheblichen Mehrwert im Unternehmen so rumschaffen und Mehraufwand reduzieren. Und es manchmal gar nicht so ist, dass man irgendwas sophisticated bauen muss, sondern dass es einfach auch die einfachen Themen gut funktionieren, um da Mehrwert zu schaffen. Ja, an die Hörer und Hörerinnen, wenn sie den Podcast zum ersten Mal hören, gerne auf Spotify oder Apple Podcast gehen und den Podcast abonnieren, gerne auch bewerten. Wenn es Rückfragen gibt zu den ganzen Themen, Henry oder ich stehen auch gerne per LinkedIn zur Verfügung, meldet euch da gerne. Die ganzen Infos stehen immer in den Shownotes. Ja, lieber Henry, zwei Fragen, die ich immer stelle, die du vielleicht auch schon kennst. Was machst du denn noch überhaupt privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben? Privat mit Daten fängt eigentlich da an, dass ich morgens Daten konsumiere, indem ich frage, Alexa, wie viel Grad haben wir gerade? Und dann zu entscheidend ziehe ich die dicke oder dünne Jacke an, weil mich fröstelt es immer leicht. Und dann nutze ich aber auch, und das ist eigentlich so ein bisschen auch diese generative KI, die ich jetzt in mein Leben eingebaut habe. Ich koche sehr gerne und sehr umfangreich. Was mir nur schwer fällt, ist dann die richtigen Weine auszuwählen und die korrespondierende Weine fragt mir dann tatsächlich JetGPT und das hat auch in vielen Fällen schon hervorragend geklappt. Mega. Zum Film würde ich einen Film aus meiner Kindheit tatsächlich nennen, Mighty Ducks, das Superteam, weil ich davon überzeugt bin, dass man nur als ganzheitliches Team, und da meine ich jetzt nicht nur meine Mitarbeiter, sondern wie erwähnt, AI Lab, wie Callcenter Agents, Datenschutz, die ganzen Control Functions, nur wenn wir einheitlich zusammen agieren und fungieren, können wir dieses spannende und schwierige Daten Game gewinnen. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr spannend. Danke für die Folge. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Copyright Untertitel – his